Bei mir findest du viele Videos, die dir beim Lernen helfen. Ich zeige dir meine Playlists, damit du in der Schule bessere Noten bekommst. Auf meinem Kanal Lernförderung erfährst du zum Beispiel, wie du ein Buch schreibst. Oder wie du Aufsätze schreibst, ganz verschiedene Aufsatzformen, zum Beispiel den Unfallbericht. Ich erkläre dir viel zum Thema Medien, auch über Gefahren und Möglichkeiten. Natürlich ist die Grammatik ein großes Thema, zum Beispiel Wortarten und Satzglieder. Ich zeige dir, wie du eine Personenbeschreibung oder eine Tierbeschreibung machst, wie du einen Vortrag oder Referat hältst und wie du ein Gedicht schreibst. Hast du das schon einmal ausprobiert? Macht richtig Spaß! Es gibt Informationen zu Grundrechenarten. Ich erkläre dir, wie du ein Protokoll richtig schreibst, was du für dein Praktikum alles wissen musst, zum Beispiel wie du deinen Praktikumsbericht schreibst und habe natürlich auch viele Videos zum Thema Rechtschreibung. Außerdem erfährst du, wie du einen Brief oder eine E-Mail richtig verfasst. Ich gebe dir Lerntipps zu ganz verschiedenen Lernbereichen, zum Beispiel zum Lernverhalten und zeige dir, wie du einen Bericht richtig schreibst. Es gibt Videos zum Thema Bruchrechnen, viele Beispiele von Bildergeschichten und sehr viele Checklisten und Tests, um dein Lernverhalten zu verbessern. Schau dir auch die Akademie Lernförderung an und erfahre, was es alles über das Lesen zu wissen gibt. Viel Spaß in meinem Kanal. Bis bald. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017